10. April 1962 Meine liebe Karmeliterin, sei nicht besorgt um das Gelingen meiner Anliegen. Ich wirke vereint mit den auserwählten Seelen. Sei du nur gut. Wie soll eine wahre Karmeliterin sein? Demütig, sie lebt verbogen. Mit mir vereint ihr beschauliches Leben. Strebe danach, zähme deine Zunge. Hüte dich vor überflüssigem Reden. Meine Tochter, jetzt werde ich dir deine Tagesordnung geben. Schon einmal begann ich mit dir damit. Ich wollte noch mehr in dein Programm einschalten. Deshalb wartete ich damit. Komm, wenn du Zeit hast. Wenn es dir zu viel ist, sag es. Du entscheidest. Ich bin einverstanden. Mir gefällt es, wenn du mir deinen Willen freiwillig gibst. Samstag, der Tag unserer Mutter In deiner Todesstunde wird die heilige Jungfrau dich erwarten. Die nächtliche Gebetswache opfere in dieser Meinung auf. Gelobt sei Jesus Christus in Ewigkeit. Du Untertitelung des ZDF, 2020